Ciao ragazzi, in questo concerto farà un tour Laura Pausini. Qua mi trova a Essen in la Kruger Halle. Hallo Leute, in dieser Halle wird Laura Pausini auftreten. Am 23.10.2016 in Essen. Das zeige ich euch. Einmal wird meine Lieblingssängerin Laura Pausini auftreten. Der zweite Eros Ramazzotti. Aber der kommt ja zuerst am 15.02. Ciao Laura, ti aspetto qui. Ti aspetto i 23.10.2016 qui a Essen. Ciao, bacioni.